Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Lernvideo. Wir beschäftigen uns in diesem Video damit, wie du Grenzwerte rund um die natürlichen Logarithmen ziehen kannst. Dabei gibt es zwei wichtigen Grundtypen und diese beiden wichtigen Grundtypen wirst du in diesem Video lernen. Mein Name ist Matthias, das ist der Kanal von Lernkompass, Mathevideos für Ingenieure. Und in dem Sinne, genug der Vorräte, los geht's! Die Grenzwerte, die wir heute betrachten wollen, sind Grenzwerte mit natürlichen Logarithmen. Und dabei gibt es im Wesentlichen zwei große Typen, die du kennen solltest, die auch sehr häufig in Klausuren abgefragt werden. Manchmal auch im Kontext von Reihen, da wird es auch manchmal benötigt, dass wir damit arbeiten müssen. Der erste Grenzwert ist der natürliche Logarithmus, wo zwischen zwei Logarithmen ein Minus steht. Das ganz grundlegende Prinzip ist dabei das folgende. Dieser Logarithmus geht, weil das, was innen drin steht, gegen unendlich geht, geht der Logarithmus auch gegen unendlich. Das heißt, das geht gegen unendlich, das geht gegen unendlich. Schreiben wir das Ganze grob auf, dann erkennen wir hier die Struktur unendlich minus unendlich. Und das ist ein ganz klassischer, unbestimmter Ausdruck, den wir separat berechnen müssen. Im anderen Fall, im Fall 2, haben wir einen Logarithmus durch einen anderen Logarithmus. Und bei dieser Situation haben wir den Fall unendlich durch. Und endlich ist auch ein klassischer Fall, den man kennen sollte. Diese beiden Fälle sollten wir unterscheiden. Aus dem einfachen Grunde, man bearbeitet sie komplett unterschiedlich. Der Fall Nummer 1 ist etwas, wo man in die Richtung Logarithmengesetze hinarbeitet. Und Fall Nummer 2 ist etwas, was man lieber in den Bereich der reellen Zahlen überträgt und danach mit Lospital bearbeitet. Das heißt, die Vorgehensweisen sind komplett unterschiedlich. Ob ich jetzt ein Minus oder ein Geteiltdurch dazwischen stehen habe, ist ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied. Wir wollen uns jetzt einfach mal beide Beispiele genauer angucken und dabei alle nötigen Grundlagen einmal wiederholen. Zunächst einmal ist es wichtig, dass man die Logarithmengesetze kennt. Also, wenn du die Logarithmengesetze bisher noch nicht nachgearbeitet hast, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, das auch zu erledigen. Denn für natürliche Logarithmen gibt es eine ganze Reihe von Umformungsmethoden, die man auch praktisch einsetzen sollte. Und diese praktische Umformungsmethoden, die wir hier benötigen, ist die über zwei Logarithmen, die voneinander abgezogen werden. In dem Sinne, LNA minus LNB, tue ich das Video kurz auf Pause. Schau nach, ob du es selber rausbekommst. Ansonsten verrate ich es dir in wenigen Sekunden. So, hast du es rausbekommen? Ich hoffe doch. An der Stelle ist es auch ganz sinnvoll, dass du dein Tafelwerk gut kennst, beziehungsweise deine Logarithmengesetze vorher rausgeschrieben hast, damit du in der Prüfung einsatzbereit bist. In Mathe 1 ist es typischerweise so, dass du die Logarithmengesetze praktisch anwenden musst. Das heißt, du solltest die Logarithmengesetze auch im Vorfeld aufgearbeitet haben. Potenzgesetze, Logarithmengesetze sind für die Mathe 1 Prüfung von essentieller Bedeutung. Wer die nicht hat, riskiert sozusagen sogar sein eigenes Bestehen. In dem Sinne wollen wir kurz das Logarithmengesetz wiederholen. Wenn wir zwei Logarithmen haben und ein Minus dazwischen zur gleichen Basis, dann verwandelt sich das Minus in einen Bruchstrich. Das heißt, teile ich innerhalb des Logarithmus, kann ich das expandieren zu einem Minus oder habe ich ein Minus außerhalb stehen, kann ich daraus einen Bruchstrich machen. Das ist ein ganz klassisches Gesetz. Man benötigt das Ganze bei der Differenzialrechnung, bei der Integralrechnung und bei den Grenzwerten. Und hier ganz im konkreten Fall rechnen wir das Ganze also wie folgt. Und Limes, n gegen unendlich, von. Schreiben wir den Term einmal auf, dann stellen wir ihn mit den Logarithmengesetzen um. Offensichtlich ist das hier das A und das hier das B. Das heißt, wir teilen das einfach durcheinander und kommen einen Schritt weiter. Limes, n gegen unendlich, ln und dann rechnen wir die Dinge gegeneinander. Das nächste Argument, das bezeichne ich in meinen Kursen immer sehr gerne als das Stetigkeitsargument, das besagt im Wesentlichen, habe ich es mit einer stetigen Funktion zu tun, dann darf ich den Grenzwert in gewisser Hinsicht reinziehen. Das bedeutet auf gut Deutsch, ich kann erst mal hier drin den Grenzwert ziehen und dann ermitteln, was der Grenzwert insgesamt ist. Und das ist typischerweise der ln von diesem Grenzwert. Machen wir das also. Ich denke mal, mit den Grundlagen dürften das alles bereits vorhanden sein. Wenn du das Ganze nicht mehr weißt, wie das funktioniert hat, dann habe ich möglicherweise auch ein Video in unserer Playlist verzeichnet hier oben für dich. Schau da einfach gerne nochmal nach, ob du entsprechend das Video bekommst. Jeder, der einigermaßen fortgeschritten in dem Thema ist, dürfte sofort sehen, was rauskommt. Nämlich, das Ganze geht gegen ein Viertel. Das ist hier der Faktor davor, die 1 und hier der Faktor 4 vor dem höchsten Exponenten. So, das heißt, wenn dieser Kram hier gegen ein Viertel geht, dann erhalte ich insgesamt mit dem Stetigkeitsargument die Möglichkeit, den Limes reinzuziehen und erhalte damit den ln von ein Viertel. Jetzt kann man natürlich noch sagen, dass das Ganze noch ein Stückchen vereinfacht werden kann. Und dazu gibt es noch ein weiteres Logarithmengesetz. Ich will es nochmal kurz darstellen. Wenn ich den ln von a hoch p habe, dann ziehe ich das Ganze raus mit p mal ln a. Das heißt, mein Exponent von oben darf nach vorne wandern vor den Logarithmus. Insbesondere gilt das auch für den Exponenten hoch minus 1 und damit habe ich ln von a hoch minus 1 gleich minus ln a. In dem konkreten Fall habe ich 4 hoch minus 1 drin stehen. Das heißt, es ergibt sich an der Stelle minus ln 4. Sehr wertvoll, wenn man etwas umformen möchte, dass man genau diesen Trick auch kennt. Also in dem Sinne, diese Aufgabe ist eine relativ einfache, wenn man sich mit Logarithmengesetzen auseinandergesetzt hat. Das Minus wird zum Bruchstrich, innen drin können wir den Grenzwert ziehen, danach können wir den Grenzwert in den ln reinwerfen. Beispiel 2. Wir haben jetzt einen Bruch zwischen zwei natürlichen Logarithmen. Wenn das der Fall ist, dann nehme ich meine beiden natürlichen Logarithmen und dann kann ich kein Logarithmengesetz mehr anwenden. Wenn das der Fall ist, kann ich lediglich noch die beiden in irgendeiner anderen Form miteinander verrechnen. Und die typische Idee ist an der Stelle, daraus einen reellen Grenzwert zu machen. Das würde ich an der Stelle formal sauber erstmal hinschreiben, dass wir wirklich darstellen, wir gehen in einen reellen Grenzwert rein. Damit stellen wir sozusagen typischerweise dieses n, was für die natürlichen Zahlen steht, das lassen wir weg und schreiben schnell ein x, was für die reellen Zahlen steht. Ich würde also im ersten Schritt folgendes aufschreiben. Das hier ist es und wir sehen nochmal, da oben steht ein natürlicher Grenzwert und hier steht ein reeller Grenzwert. Das mag für den ersten Augenblick etwas seltsam erscheinen, dass wir uns darauf so stark konzentrieren. Aber es ist ziemlich zentral, dass wir das tun, denn für reelle Grenzwerte gibt es Möglichkeiten, diese reellen Grenzwerte auch besser umzurechnen, besser einzusetzen. Und da gibt es eine Regel, die man kennen sollte und das ist die Grenzwertregel von L'Hospital. Die Grenzwertregel von L'Hospital können wir hier an dieser Stelle anwenden. Notieren wir das also kurz dazu. L'Hospital ist erlaubt. Wenn wir mit L'Hospital arbeiten wollen, untersuchen wir den Zähler und den Nenner, indem wir schauen, was passiert, wenn wir das x einsetzen. Also was passiert, würden wir das x oben und unten einsetzen. Offenbar sehen wir hier oben, das würde im L'N gegen unendlich gehen und auch im Nenner steht, das würde gegen unendlich gehen, wenn ich das x gleich unendlich einsetzen würde. So, das heißt, ich habe dort L'N unendlich, L'N unendlich und das ist wiederum unendlich durch unendlich. Das notieren wir bei uns dran und schreiben kurz und knapp unendlich durch unendlich. Wichtig, diese Überlegungen, dass wir einfach einen Wert einsetzen, das dürfen wir nur im Kopf machen. In der Mathematik ist vorgeschrieben, dass man sowas nicht einfach aufschreiben darf. Das heißt, du darfst nicht einfach unendlich durch unendlich hier in den Term reinschreiben und wenn du das möchtest, dann nur in Anführungsstrichen. Damit wir mathematisch formal sauber sind. Allerdings, im Kopf kann man das Ganze entsprechend so verarbeiten und sich vorstellen, dass man x als eine sehr große Zahl, sprich unendlich, einsetzt. So, mache ich daraus Lospital. Kurz nochmal zur Wiederholung, was war die Regel von Lospital? Die Regel von Lospital hat uns folgendes gesagt. Wenn wir einen Grenzwert haben, einen reellen Grenzwert, der von f von x durch g von x für x gegen a ausdrücklich auch erlaubt, a gleich unendlich und es kommt beim Einsetzen ein unbestimmter Werte unendlich zwischen endlich oder 0 durch 0 raus, dann können wir den Grenzwert nehmen und statt dem Grenzwert den Zähler und den Nenner einmal ableiten. Das heißt, wir nehmen statt f f' und statt g g'. Und genau das wollen wir hier an der Situation auch tun. Schauen wir uns das Ganze also an. Wir leiten den Zähler, wir leiten den Nenner ab. Kettenregel würde ich an dieser Stelle einmal voraussetzen. Wir erhalten also den Limes von x gegen unendlich 1 durch x² minus x mal 2x minus 1. Kettenregel oben. Wichtig, keine Kultientenregel. Immer getrennt Zähler und Nenner ableiten. Das ist wichtig. Und unten 1 durch 2x² plus 3 mal 4x. Bringen wir das Ganze einmal jetzt auf einen gemeinsamen Bruch, erhalten wir folgendes. Wir denken bitte daran, Doppelbruch war Zählers Zähler mal Nenners Nenner mal Nenners Zähler Zählers Nenner. Das war am ehesten dadurch vorstellbar, dass wir uns einen Doppelbruch dargestellt haben in dieser Form. a durch b geteilt durch c durch d ist ad durch bc. Das heißt, Zählers Zähler, Nenners Nenner und Zählers Nenner, Nenners Zähler. Das ist, ich sage mal, so eine ganz klassische Regel, die man einfach kennen sollte. Bei Doppelbrüchen, da kommt man auch in Werten, in diese Strukturen dieser Art sehr gut durch. So, der Zähler ist also 2x minus 1, der Zählers Zähler. Der Nenners Nenner ist 2x² plus 3. Der Zählers Nenner ist x² minus x. Und der Nenners Zähler ist 4x. Das schreibe ich mir auf und dann sehe ich, da kommt oben und unten ein Polynom raus. Und da gehe ich mir mit der klassischen Grenzwertregel auch ran und klammere den höchsten Exponenten aus. Der höchste Exponent ist insgesamt an dieser Stelle x hoch 3 im Zähler und im Nenner. Und genau das haben wir jetzt an der Stelle vor. Limes x gegen unendlich, oben x hoch 3. Und x hoch 3 mache ich dadurch am einfachsten, dass ich hier ein x hoch 1 ausklammere und hier ein x². Das heißt, hier kommt ein x hoch 1 ausgeklammert. Diesen hier. Hier ein x². 2 plus 3 durch x². Und im Nenner auch wieder aufteilen. x hoch 3. Vorne ein x². 1 minus 1 durch x. Hinten ein einfaches x. Das ist einfach. Und damit kann ich meine x hoch 3 oben und unten ausklammern. Jetzt kürzen wir die Späße weg und erhalten dann einen Grenzwert, der bestimmt ist, wo wir alles einsetzen können. Und das setzen wir unendlich einfach mal ein. 2 minus 0. 2 plus 0. 1 minus 0. Mal 4. Und oha, was sehen wir? Oben steht eine 4. Unten steht eine 4. Grenzwert ist also 1. In dem Sinne, hoffe ich, hat dir das Ganze ganz gut gefallen und Licht ins Dunkel reingebracht, wie man mit Logarithmen umgehen kann. Beispiel 1 war Minus zwischen dem Logarithmus, Beispiel 2 geteilt durch zwischen dem Logarithmus. Beides sind substanziell unterschiedliche Schritte, die man gehen muss. Und man muss bei beiden die Standardvorgehensweisen einfach kennen. Wenn du Spaß gehabt hast, dann schau dir auch gerne nochmal unsere weiteren Videos aus der Serie Grenzwerte an. Und wenn du dich auch weiter für ein weiteres Video interessierst, kannst du auch gerne auf diesem Kanal bleiben. Einfach hier noch ein zweites Video anschauen oder uns auch abonnieren. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Video. Dein Matthias von Lernkompass. Danke.